Du willst mit einer Narzisstin oder einem Narzissten nicht verheiratet sein, aber beruflich, abgesehen davon, dass sie prahlen, kann man teilweise die Effekte hinnehmen. Bei Psychopathie sieht die Lage anders aus. Ich glaube, man muss unterscheiden. Also erstmal, Narzissmus und Psychopathie wird deswegen ja auch die dunkle Triade. Das wird häufig so im 2- oder 3-Klang zusammengenannt und da wird selten genau differenziert. Es ist auch gar nicht so leicht zu differenzieren, weil es gibt ein paar Überschneidungen. Also ich würde schon sagen, so 10-20 Prozent, wenn ich mir quasi die Narzissmus-Checklisten oder Messinstrumente und die Psychopathie-Checklisten oder Messinstrumente, wenn ich das nebeneinander lege, 20 Prozent der Items sind identisch. Zum Beispiel erheblich übersteigertes Selbstwertgefühl ist eines der Narzissmus-Merkmale, aber auch eines der Psychopathie-Merkmale. Daher die Verwirrung, weil die Konstrukte sind nicht völlig unterschiedlich, sondern es hat 10-20 Prozent Overlap oder also ist es sozusagen identisch, aber zu 80 Prozent eben nicht und hat doch einen sehr unterschiedlichen Fokus. Die Effekte in Unternehmen, da ist viel zu publiziert, viel erforscht und bei Narzissmus sind die Ergebnisse sehr unterschiedlich. Es gibt Studien, die sagen, Narzissten sind Leistungsträger. Und ich würde das zum Teil unterschreiben, auch aus deiner Berufs- und Lebenserfahrung. Wer in beliebigen Unternehmen, die Top 10 Prozent der Vertriebler oder Vertrieblerinnen sind häufig auch ziemlich von sich überzeugt, reden eine ganze Menge von sich selber, prahlen mit ihren Erfolgen und so weiter. Aber in gewisser Weise, man sagt ja, in dir muss selbst sozusagen ein Funke sein, um in anderen ein Feuer, man muss schon in gewisser Weise von sich selbst überzeugt sein, um andere überzeugen zu können. Das heißt, die Top 10 Prozent der Vertriebler würde ich jede Wette eingehen. Also wenn ich in einem beliebigen Unternehmen die Top 10 Prozent mit den schlechtesten 10 Prozent im Vertrieb vergleiche, bin ich mir sicher, die Narzissmus-Scores der Top 10 Prozent sind höher. Würde ich jede Wette eingehen, ohne dazu jetzt eine genaue Untersuchung zu kennen. Das heißt, in gewisser Weise ist es beruflich gar nicht immer unbedingt schlecht und auch die Medienbranche und das Investmentbanking würde, wenn man alle Narzissten rauswirft, quasi implodieren, kollektiv. Aber sind wir nicht alle Narzissten? Das ist nur die Ausprägung. Naja, narzisstisch. Auch das wird ja sozusagen, in gewisser Weise ist auch das eine Skala oder ein Spektrum und es ist manchmal nicht leicht, die Grenzlinie zu ziehen. Wo verläuft die Grenzlinie zwischen analytischem Denken und Kaltblütigkeit? Wo verläuft die Grenze zwischen Selbstbewusstsein und Größenwahn? Elon Musk will den Mars bevölkern. Ist es noch Selbstbewusstsein oder schon Größenwahn? Will ich nicht beantworten, weil das ist schwierig zu sagen. Aber ich traue es ihm zu. Als einzigen Menschen würde ich Elon Musk auch zutrauen, den Mars zu bevölkern. Aber es ist manchmal, dass die Grenzen sozusagen fließen. Aber Narzissten können auch Performer oder Leistungsträger sein. Das heißt, die sind nicht nur Blender. Manche schon. Aber es gibt welche, die durchaus nach außen hin blenden, die aber auch trotzdem echte Performance auf die Straße bringen. Und gerade im Vertrieb verkaufen ist nun mal zu einem großen Teil auch die Fähigkeit, andere zu überzeugen. Und häufig sind die auch wirklich Performer und sind und entwickeln auch teilweise enormen Ehrgeiz. Also ich würde sagen, je nach Möglichkeiten, aber Narzissten können auch bis zum Nobelpreis unglaubliche Performance und Ehrgeiz entwickeln. Das heißt, die sind nicht immer nur Blender, sondern auch Performer. Bei Psychopathie sind die Effekte andere und deutlich negativer. Bei Narzissmus würde ich sagen, du willst mit einer Narzisstin oder einem Narzissten nicht verheiratet sein. Aber beruflich, abgesehen davon, dass sie prahlen, kann man teilweise die Effekte hinnehmen. Bei Psychopathie sieht die Lage anders aus. Keine Gefühle, keine Empathie, kein Gewissen. Gleichzeitig diese Chameleon-artige Anpassungsfähigkeit und die Manipulationsneigung. Ich kenne wenig Fälle in der Realität, wo das gut ausgegangen ist. Und wenn wir uns die, wenn wir uns Skrupellosigkeit in der Wirtschaft anschauen, von CumEx bis Wirecard, kurzfristig war beides ein Riesenerfolg. Beides war eine Riesenparty. Alle haben mitgemacht, sich gegenseitig bereichert und von Deutschland als Standort bis Bafin, Wirecard und Ernst & Young und das war eine Riesenparty. Langfristig ist es nicht so cool ausgegangen. Schaden für Deutschland, Schaden für das Image insgesamt. Am Ende haben alle verloren. Das heißt, Skrupellosigkeit sieht kurzfristig nach einem Erfolgsmodell aus, scheitert aber langfristig. Und da würde ich doch unterscheiden, bei Psychopathie wäre ich deutlich vorsichtiger. Kleines Update, es gibt seit 2017, also relativ neu in Forschungsdimensionen gesehen, gibt es ein paar Studien, die zum ersten Mal auch beleuchten, ob Psychopathie vielleicht teilweise eingeschränkt sogar positive Effekte haben kann. Aber die positive Seite von Psychopathie, da bin ich mal sehr vorsichtig, weil dazu ist, ich würde sagen, es dominieren klar die negativen Effekte, aber ich glaube auch, dass es ein paar sehr spezielle Bereiche gibt, in denen Psychopathie nützlich sein könnte. Aber damit meine ich wirklich sehr spezielle Bereiche. Elite-Soldaten, Bombenentschärfer und Neuroschirurginnen oder Chirurgen. In den Bereichen sage ich, okay, vielleicht braucht man gar nicht unfassbare Empathie, sondern möglicherweise einfach Performance. Ich will dir ein Beispiel geben. Ich habe bei einer, was war das noch? Das war der Verband, ich glaube der Verband deutscher Neuroradiologen, habe ich einen Vortrag gehalten über Psychopathie und habe mich danach mit den Leuten unterhalten. Und die haben gesagt, bei Neuroschirurgen oder generell bei Chirurgen ist es so, es gibt eine Grundregel, man muss sozusagen den Patienten wie einen kaputten Motor betrachten oder das Herz, wie ein kaputtes Ersatzteil, was ausgetauscht oder repariert werden muss. Je anonymer man das sieht, desto besser können die performen. Deswegen gibt es unter denen die Grundregel, was ich faszinierend fand, dass Neuroschirurgen oder Chirurgen niemals Angehörige operieren. Niemals die eigene Mutter, Vater oder wen auch immer. Und das hat mich gewundert, weil ich hätte eher gedacht, die haben einen gewissen Narzissmus oder Selbstwahrnehmung, dass die sagen, ich bin der beste Chirurg der Stadt, an meine Mutter kommt niemand außer mir ran. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die sagen, man muss das wie ein anonymes, kaputtes Auto betrachten und sobald die Distanz weg ist oder sie die Patientin oder den Patienten kennenlernen nach dem Motto, das ist jetzt nicht mehr ein kaputtes Auto, sondern jetzt ist es Monika und sie hat zwei Kinder und die Kleine hat vorgestern Abschluss gemacht. Ganz schlecht. Weil dann ist die Anonymität weg. Das heißt, die sagen, sie brauchen diese Gefühlslosigkeit, um performen zu können. Psychopathen haben dieses Gefühl oder diese Probleme nicht. Ja, außerdem sind sie stressresistent. Mich hat auch in einem Podcast, wurde ich mal gefragt, hättest du Angst, wenn du weißt, dass die Psychopathiequote unter Chirurgen höher ist, soll sie tatsächlich sein, hast du nicht Angst, wenn du das nächste Mal operiert werden musst? Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und dann aber gesagt, im Gegenteil, ich würde lieber von einem Psychopathen oder einer Psychopathin operiert werden, als nicht. Warum? Die haben ein ruhiges Händchen, sind stressresistent und lassen sich von Familiendrama und solchen Dingen nicht aus der Fassung bringen. Die haben ein ruhiges Händchen, stressresistent, können auch nachts um drei noch mit einem ruhigen Händchen operieren. Marc, das setzt natürlich voraus, dass du kompetente Psychopathen hast. Absolut. Das ist die Frage, wie viele Psychopathen sind tatsächlich kompetent und wie viele schaffen es durch Anpassungsfähigkeit, das zum Teil vorzutäuschen. Vor allem, wenn du in den Führungsetagen bist, dass es jetzt nicht handwerklich begabt, wie bei einem Neurochirurgen, sondern man kann anders führen. Absolut. Ich will auch nochmal betonen, jetzt haben wir sozusagen viel darüber gesprochen, aber Bereiche, in denen Psychopathen Performer sind, wo Empathielosigkeit ein Vorteil ist, abgesehen von Bomben, Schärfer, Elite-Soldaten und Neurochirurgen, fällt mir relativ wenig ein. Und wahrscheinlich tue ich sogar denen unrecht, weil die sagen, Moment mal, unser Job hat auch viel mit Teamfähigkeit und so weiter zu tun, aber jetzt mal aus meiner leihenhaften Perspektive in dem Bereich würde ich sagen, da braucht man vielleicht nicht so viel Empathie. In fast allen anderen Bereichen braucht man am Ende auch Empathie. Führungskräfte müssen Fachkenntnisse, Sachkenntnisse haben, aber auch Menschenkenntnis. Und ich glaube sogar, dass Menschenkenntnis fast die wichtigere Kompetenz ist. Und mindestens da sind Psychopathen ja inkompetent. Das heißt, ich würde so weit gehen, dass psychopathische Führungskräfte wahrscheinlich immer schlechte Führungskräfte sind. Und selbst wenn sie gute Sachkenntnisse haben, besteht der Mensch ja nicht nur aus Atomen, also technisch schon, aber eben zwischenmenschlich nicht. Und in den Menschenkenntnisdimensionen sind sie auf jeden Fall schlecht oder desinteressiert. Selbst wenn sie vorspielen, dass es sie interessieren würde, interessiert es sie am Ende nicht. Und von, es gibt wenig Bereiche, in denen ich wirklich unterschreiben würde, Empathie ist hier überflüssig, scharf schützen vielleicht, aber in den meisten Fällen brauchen wir Empathie. Und in allen Businessbereichen definitiv. Und hier würde ich ohne Zweifel unterschreiben, dass Psychopathen im Schnitt keine Performer sind und man besser beraten ist, bei diesem Personenkreis vorsichtig zu sein.